Laufen fürs Leben Laufen fürs Leben ist ein Charity-Lauf, der die Öffentlichkeit und die Patientinnen für Brustkrebs sensibilisieren soll, darauf aufmerksam machen soll, dass es Sinn macht, zur Vorsorge zu gehen. Das heißt, wir sammeln mit diesem Charity-Lauf Geld, um Selbsthilfegruppen für Patientinnen zu unterstützen. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, fünf! Wenn man früher zum Arzt ging, dann gab es die Eminenz, die einem sagte, was man tun muss und der Patient wurde nicht gefragt. Heute entscheidet nicht nur ein Arzt, sondern alle Kollegen, Psychologen und auch vor allem der Patient selber darüber, was die beste Behandlung für sie oder ihn ist. Und um das möglich zu machen, haben wir ein Comprehensive Cancer Center gegründet. Applaus Die Aktion Laufen fürs Leben ist sehr wichtig und unterstützenswert, weil wir mit dieser Aktion auch eine Solidarität erreichen wollen von Betroffenen und Nicht-Betroffenen und weil wir darauf aufmerksam machen wollen, wie wichtig Bewegung ist, also in der Prävention und für betroffene Frauen auch. Laufen fürs Leben!